Musik 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 Mein Wirt und meine Wirke, verbreit in die Christen. Gutes für Leib und Seele, so hieß mal ein Werbeslogen unserer Abtei. Und genau so soll es weitergehen. Es gibt gleich im Anschluss noch Gutes für Leib und Seele. Wenn Sie möchten, bleiben Sie ein wenig noch in der Kirche, dann kommt der Pater Viktor, um den persönlichen Primitsegen Ihnen zu spenden.